hi leute willkommen beim schachpander heute der zweite teil einer partie mit dem guten orca chest zusammen gegen stockfish level 7 wir haben weiß den ersten teil findet ihr auf dem kanal vom orca den ich hier euch nochmal in der infokarte verlinke viel spaß mit der partie das ist der zweite teil spiel g5 und gehen tatsächlich wieder den angriff aber der geschlossener charakter ja so okay ja der muss jetzt der torm wieder nehmen oder was kommt man was soll kommen springer h7 oder so ist er kann ist er nicht dann geht unser torm einfach wieder zurück springer h5 da kann man auch schon gerne mal eine qualität opfern würde ich sagen okay es kommt könig g7 ist wie erwartet vor springer schlag g6 ist natürlich sollte man auch rechnen also ja irgendwann sie die idee von ihm natürlich jetzt in die h-linie selber zu gehen genau das war die idee von könig g7 ok sprenger g6 nimmt tormschläge g6 könig f7 nehme ich an richtig dass der weil sonst ist natürlich auch matte in der h-linie und dann ist die frage wie wir da vorankommen irgendwann wird sich das negativ auszahlen dass wir unsere figuren da noch nicht entwickelt haben das ist so aber was mir gerade hier einfällt in der stellung was spricht eigentlich gegen läuferschläge g6 wenn er dann zurückschlägt bauerschläge g6 turmschläge g6 schafft kann der könig gar nicht auf f7 muss auf die h-linie das ist doch schon ziemlich gefährlich aus meiner sicht naja dame h3 ist doch irgendwie auch schon ach so der kann doch nach h8 gehen genau das kann noch nach h8 gehen aber haben wir dann nicht irgendwie dann ist doch auf g6 eine springer gabe kriegen wir dann unseren torm irgendwie schön abgezogen wenn wenn übrigens diese ganze opfer variante jetzt nicht funktioniert damit g2 hätte ich noch als alternative und dann ist alles was wir überhaupt haben auf g6 drauf aber dann hat er vielleicht auch einen kleinen moment dass sagen die torm g8 oder so und dann flüchten kann ich weiß nicht wir müssen jetzt nochmal laufer g6 müssen uns anschauen das ist so konkret laufer g6 kann er irgendwas anderes tun kann er zum beispiel mal jetzt kann er sein spiel in den torm irgendwie angreifen kann er nicht aus meiner sicht auf e5 kann auf e5 nehmen dachte ich auch aber dann können wir ja mindestens unseren läufer erstmal wegziehen mit schach abzug schach aber wenn er mit dem springer nimmt kann den springer dazwischen ziehen das ist natürlich interessant also läufer schlägt g6 springer schlägt e5 und jetzt sind wir genau diesen taktischen varianten und was ist aber wenn wir den einfach ach so wenn wir den einfach wieder nehmen ja das wird auch nicht gut wenn wir auf e5 wieder nehmen dann nimmt er auf g6 und wir nehmen auf f6 und dann geht da alles auf das sieht irgendwie auch nicht und wir haben diese schwachen figuren am schluss läufer g6 springer schlägt e5 sieht überzeugend aus oder diese variante die du gerade gesagt unser springer e5 wird halt getaus genau also ich glaube wir sollten uns jetzt noch mal hier noch mal treibt also ich würde noch mal dame g2 in den ring werfen um noch mal auf g6 drauf zu gehen und mal springer f3 irgendwann vorzubereiten dass wir doch noch mal den springer ranholen und ich meine dame g2 dann droht doch dann kannst du mir nicht erzählen dass dieses opfer nicht rot oder trotz dann immer noch nicht verlockend aus er hat aber auch relativ viele figuren hier auf der siebten reihe die dame verteidigt ist schön wenn er nach acht geht verteidigt die dame ziemlich viel und der springer die springer sind auch noch unter verteidigt der turm auch es ist nicht einfach also ja was das läuft steigt g6 es kann sein dass es sogar geht aber ein springer steigt ist schon ziemlich das greift ja unsere dame an das ist ja schon sehr konkret wenn ich den einfach wieder nehme dann schlägt er auf g6 auch wieder das sieht irgendwie und dann geht ja alles auf das schein vom gefühl und was mit h4 noch mal ich finde ich interessant aber dann kann halt auch so was mal kommen glaube ich wie das turm turm nach h8 und dann würde ich hoffen dass irgendwann das opfer wieder stärkt dass es dann vielleicht stärker wird dass der turm auf h8 deutlich schlechter steht als auf f8 zum verteidigen dann droht dann geht vielleicht auch mal springer f7 oder das war f7 sogar aber dann kriegt eine ganze menge figuren dafür h4 toma 8 also ich würde ich glaube ja das direkte opfer ich bin jetzt davon abgekommen das scheint mir zu viel das ist wieder dann noch haben wir ja auch gar keine pflicht ne er verteidigt sich hier einfach nur erstmal die ganze zeit ja wir haben keine müssen es aber trotzdem zu langsam dürfen wir auch nicht sein die stellung zu lang so er kriegt jetzt dürfen wir auch nicht sein was ist okay also ich werde dame denke geht es oder meinst du lieber dame dame g3 dame g3 ist tendenziell ja noch kontrolle hier auf dem feld halten gefühlt ja damit geht es wenn dann dame g2 ist die opfer die opfer gehen wirklich nicht gerne hat es nee kommt dame g2 erhöhen den druck auf den könig wir haben es richtig viel auch um das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet direkt aber das habe ich gar nicht erwartet den zug wobei jetzt macht das springer g8 wahrscheinlich also müssen wir wie nehmen wir den mit dem f-bauern wahrscheinlich und tendenziell nimmt man den hier natürlich mit dem f-bauern ich bin hier nur dieser stellung ganz kurz am überlegen ob man es ob es sinn macht das andersrum zu aber weil wir leider hier natürlich jetzt kein tor mehr in der f-linie und der andere auch nicht so schnell nachkommt trotzdem denke ich tendenziell mit dem f-bauern oder was soll denn passieren was sieht er dann springer h7 vielleicht oder springer g8 ist ja auch ein wunderschönes feld verteidigungsfeld und dann geht für den könig dann geht torm g6 nicht oder geht es könig h8 ja dann kriege ich dann nicht dauer schacht mit dame h5 also ich bin jetzt in so einer variante ich denke wir sollten auf jeden fall mit dem f-bauern nehmen oder das ist ja das was ich der tendenziell richtige zug der und wenn man f-bauern eben entwickeln wir auch den läufer so ein bisschen noch ein bauer vielleicht gehen auch diese kollideen irgendwann mal mit ihnen das wäre schön wenn unser läufer noch mal noch nicht aber aber nehmen wir mal mit dem f-bauern hier zurück jetzt kommt springer e4 das habe ich jetzt erst gesehen ja das ist natürlich ein nachteil unseres dann nicht gedeckten turm ist auf g5 dass wir jetzt nicht zweimal auf e4 nehmen können es gibt tatsächlich springer e4 gut tauschen würde ich denn nicht so gerne eigentlich jetzt war es wieder sehr kritisch für die stelle f5 könnt kann man auch nicht machen das geht worum g4 ist schon ein normaler zug hier und g4 sieht sehr noch das normal aus weil es ja schwarz zu einer entscheidung zwingt sofort mit diesem springer und wenn dieser springer nichts besseres zu tun hat als unseren d2 springer abzutauschen dann haben wir doch einiges gewonnen dann haben wir unsere entwicklungsprobleme gelöst und f5 denkt er kann noch nicht f5 spielen oder f5 können wir glaube ich noch turmschleit g6 spielen stimmt das geht also f5 geht also ich denke tom g4 macht hier gefühlt der muss ja sowieso raus aus dem angriff da muss dieser wenn er jetzt auf d2 tauscht er tauscht erst dann klares gefühl über dem e bauern muss auch hier genau da bleiben wir dabei dass der e bauer hier nimmt und wenn er ist der läufer entwickelt das ist schön sie immer noch also ich habe wir stehen hier gut oder also in meinem gefühl sein werden wir stehen hier gut ist dieser bauer es geht nachher f5 oder was wir jetzt auf e4 alles raustauschen es gibt aber auch passant mit schach ach so das geht nicht naja ich dachte dann nimmt der springer wieder und dann ist die gabel wir können auf die dann können wir auf g6 nehmen oder dann kann unsere damen auf g6 das müssen wir jetzt prüfen aber sieht da nicht schön gut aus also springer schlägt e4 läufer schlägt e4 läufer schlägt d4 dame schlägt d4 einmal kurz f5 prüfen aber dann nehme ich auf f6 mit schach und wenn eine damen nimmt dann kann ich ja meinen läufer mit muss ich wahrscheinlich auch oder ich kann turm f4 oder läufer e3 spielen oder dame g2 wie ich kann vielleicht wieder dame g2 oder so spielen deswegen hat er vielleicht das bringer schlägt e4 bauer schlägt e4 weiter stellt die vier läufer schlägt e4 theoretisch kann man auch mit dem turm nehmen auch wenn es blöd aussieht oder also machen wir nicht natürlich aber das ist auch eine möglichkeit kann man auch und die frage ist ja was sollen wir sonst die einzige sonstige idee so wäre ja sonst irgendwie sagen ich spiele springer f3 oder so und ich lasse ihn da stehen und das können wir uns eigentlich nicht erlauben diesen springer da stehen zu lassen das ist ein monster springer also den müssen wir nehmen den müssen wir jetzt nehmen und das meine wenn es so ist dann haben wir bauern gewonnen okay wir haben jetzt vier augen also sind keine schlechten schachspieler also du siehst auch nichts also keine keine traps keine billigen fallen nicht direkt also ich bin mir nicht ich würde sich hundertprozentig ausschließen weil unser könig halt natürlich mit minimal jetzt offen ist aber ich würde einfach hoffen dass wir jetzt den bauern gewinnen riskieren was so warte mal was lag weil wir jetzt nehmen und dann f5 kommt nehmen wir wieder auf g6 das geht f5 wird nie funktionieren und dann springen aber nehmen auch g6 am schluss wir nehmen ja immer irgendwie auf g6 und passant genau hast du passant dann nehmen auf g6 auch im schluss ich habe wovor ich so ein bisschen angst habe sind so eine weiß ich nicht er spielt jetzt sagen wir spielt auf laufer schlägt e4 f5 ja was machen wir tor schlägt g6 tor schlägt g6 zum beispiel starker zug oder schach und man gewinne läufern ja und dann spielt er so irgendwie sowas verrücktes wie könig h7 und turm g8 und versucht uns irgendwie in der dann können wir aber auch wieder den läufer auf e4 zurückspielen nach e4 ja es wird auch nicht das kann also ich kann mir auch nicht vorstellen dass das hier die und wenn es so ist dann hat er uns wieder irgendwie auch wir können auch den traum dann einfach wieder zurückziehen oder so das ist alles nicht so wild also wir müssen jetzt nehmen oder wir müssen jetzt nehmen dem läufer also wichtig ist es dass wir es präzise spielen genau und nicht auf einfache taktische sachen reinfallen aber ich sehe jetzt nichts so nochmal also der springer schlägt ihr finden müssen wir auch noch rechnen aber das ist nicht gefährlich schach bringt nichts damit sie für den schach bringt gar nichts erstmal also die frage ist ja jetzt auch du hast mit dieser torm idee ist vielleicht auch gar nicht so blöd ob dieser torm auf der g-linie da steht er ja wahrscheinlich mittlerweile eher vielleicht auch verkehrt wenn auch wenn natürlich druck gegen g6 haben aber ist die frage was dieser druck macht ob vielleicht doch nicht mal der torm da irgendwann nehmen kann was natürlich sein kann ist dass auf turm schlägt e4 der zug f5 kommt selbst da wir müssen dann können wir einfach sogar stehen genau da können wir einfach weg gehen mit dem torm und dann hat er also dame e4 ist na klar ist es eigentlich müssen auch den von der damen aufstellung und so der natürlichere zug ne es sind also damit hier f5 wir nehmen den weg das ist glaube ich schlägt damit schlägt dann geht die stellung ein bisschen auch dann droht matt auf f2 und beziehungsweise direkt auf f1 ne richtig danach war für e3 zum beispiel ja noch für e3 oder damit ist gefährlich die stellung gesteuert oder oder damit geht es weiter aber irgendwie sehe ich das auch so dass es ein bisschen gefährlich wird was ist wenn wir auf e4 nehmen und er trotzdem f5 haben wir gesagt dass wir einfach weg gehen mit dem torm oder läufer g5 spielen zum beispiel oder sogar laufer g5 spielen wenn es geht und der torm steht vielleicht auf e1 oder e2 mal gar nicht so schlecht ne also ich würde jetzt mehr dazu tendieren mit dem torm zu nehmen halt wird es eher geschlossen und nicht so taktisch genau taktisch anfällig da ich denke es ist eine gute entscheidung da also wenn er jetzt da w8 spielt wir haben doch jetzt ja bauern mehr oder wir haben bauern mehr nur dann sollten wir jetzt mal ganz cool bleibt so was macht denn jetzt mal einfach auch mal strategisch jetzt können wir mal ein bisschen strategisch denken guck dir mal seinen springer an das ist doch momentan auch eine ziemlich traurige figur das ist ein zug da mir achte ich verstehe ich verstehe auch nicht ich sehe auch gerade jetzt gar keinen plan von ihm ehrlich gesagt also sein springer ich wüsste auf d5 oder f5 wäre geil aber da kommt ja irgendwie nicht so einfach hin f6 wäre sein einziger bauernhebel aber der hinterlässt katastrophale schwächen auf g6 und e6 jetzt weiß ich was er will mit dem dame 8 zug er will tatsächlich f6 f5 vorbereiten und dieses feld irgendwie decken entdeckt und ich denke mal auch dass auch diese diagonale geht vielleicht damit c6 mal zu spielen stimmt der plan ist tatsächlich f5 oder f6 also ich finde auch wir sollten und dann torm da noch mal wegziehen der steht da irgendwie nicht gut der blockiert hat die damen der diagonale der steht f5 im weg also läuft direkt in der 5 mit angriff rein ich würde also den läufer denn sie könnten wir auch noch später entwicklen meiner meinung nach oder die 5 wahrscheinlich auch normal dazu können wir aber auch später entwickeln klar ich würde lieber den gefühlt den tor weil der läufer ich weiß noch gar nicht wo der hin will ich bin nämlich auch gerade läufer h6 h4 h4 wäre eine idee weil wir auch noch sonst dame h3 spielen dann gehen wir einfach in die h linie das ist der angriff ist ja noch nicht vorbei im gegenteil schwarz hat gar keinen richtigen verteidiger und wenn er nach torm h8 nach torm a4 torm a8 spielen muss mein gott dann tauschen wir die torme noch aus oder würde ich sagen quasi jetzt alle figuren jetzt hier vom brett nehmen außer den läufern den springer haben wir in so hat unsere läufer eine chance gute chancen gegen springer das ist deutlich besser ist mit dem mehrbau auf jeden fall werden wir in soliden mehrbau und unsere bauernstruktur super intakt und unser läufer hat ja auch ziele mal dahinten richtung b6 und so also klar und die bauen stehen viel auf schwarz und so aber der springer hat jetzt auch keine großen riesen felder wir haben viele bauern wo wir ihn vertreiben können das würde ich geben dieses endspiel machen wir das ja aber ich meine sonst ich wüsste nicht im könnten auch in der e linie lassen dieser torm aber der gegnerische torm will ja wahrscheinlich in die h linie irgendwann oder ich vermute er wird jetzt irgendwie f6 spielen aber wir wissen zu aber nehmen hier ist ist ja konkret nahtom a4 da kann er hat er ja keine zeit ist rotläufer h6 einfach h6 dort richtig schön dazu also aus meiner sicht schön macht auch die diagonale hier frei ist ein bisschen deswegen genau damit wirkt mehr das ist und ich bin immer noch der hoffnung dass wir diesen läufer erstmal irgendwann brauchen wir ihn bestimmt aber mittlerweile hat auch wirkung mittlerweile ist er da echt aktiv geworden auch von c1 aus also ich wüsste nicht was er jetzt machen soll also tommer 8 er muss diese türen also ist immer gut jetzt stehen wir auf jeden fall gut die frage ist ob wir ihn ob wir jetzt selbst tauschen wollen jetzt viele gute züge ist auch weiter gefühlt ist wahrscheinlich auch nicht blöd oder dame h3 also das ist ich denke also ja läufer g5 gefällt mir eigentlich auch ich würde lieber die seine dame auf e8 ist ja wirklich furchtbar passiv die würde ich auf h8 steht sicherlich besser weil die dann über h5 und so kommt würde ich auch ungern selbst tauschen und läufer g5 ist natürlich da richtung f6 und ist danach torm f1 irgendwie das sieht schon ziemlich übel aus eigentlich für ihn sehr unangenehm was natürlich sein kann ist das werden wir jetzt läufer g5 spielen dass er einmal tauscht beschlagen zurück und er spielt dann dame h8 und greift den läufer an das kann sein aber auch sehr komisch aus es ist dann die frage was wir machen ob er einfach weg oder ja dann könnten wir vielleicht dame f2 spielen und oder sonst eben damit und dann irgendwie dame f2 torm f1 und unser läufer steht möglicherweise auch mal auf g3 fürs erste gar nicht so verkehrt um mal diesen h2 sonst auch mal zu decken und die fünf vorschlüsse vollkommen f6 vorschlüsse rauszunehmen also mir gefällt läufer g5 eigentlich besser als der tausch und dir gefällt läufer g5 auch besser als dame h3 oder dame h3 ach so dame h3 hattest du ja auch noch gesagt ist natürlich auch eine spannende idee was passiert denn dann wohl wir drohen natürlich jetzt dann den was heißt drohen ist die frage ob wir da dann alles tauschen wollen vielleicht noch nicht dann spielt er vielleicht dame e7 greift unseren turm an und dann verhindert er nämlich auch laufer g5 also ich habe das gibt ganz klar weil ich dann ist da für die stelle müssen auf die und auf g2 steht die dame eigentlich erstmal noch ganz gut hat sie viel im blick schöne diagonale was natürlich auch schön ist wenn es jetzt wirklich alles aufgeht dass wir uns überlegen nachläufer die fünf ist der turm auch schon auf f1 deswegen deswegen ja wir kommen jetzt tatsächlich kommen jetzt unsere figuren ins spiel das kirmes und spiel läufer g5 ich denke schon also gut den müssen wir nehmen jetzt wird vielleicht da mal acht kommen was ist das denn um gottes willen das kann man machen also läufer f6 wenn ich wenn ich das sehe läufer f6 sieht so schlimm aus auf den ersten blick aber ja es sieht richtig schlimm okay also die 6 er wird der könig g8 spielen und das problem ist natürlich noch dass er nach dame h3 und dem matt auf h8 springer h7 hat und damit auch gleich den läufer auf f6 mal angreift das ist auf messerschneide schon das ist auf messerschneide also das ist ja also es gibt ja auch diesen spruch von emmanuel laska also wenn du einen guten zu gefunden hast schau noch nach schau nach einem besseren zug ja ich also live f6 ist ziemlich sicher ein guter zug aber es kann durchaus sein dass es hier einen besseren zug gibt es noch besser ich denke nämlich guck mal sein springer jetzt mal so eine strategische überlegung was ich bin so ein stellung oft also wir stehen hier einfach super ne alle unsere figuren stehen gut und dieser springer was hat denn der für eine aufgabe der geht nach a7 und tauscht sich vielleicht auf f6 ab das wäre eigentlich sein traum oder der traum des springers auf f8 ist es sich gegen diesen läufer zu tauschen das wäre das beste was er irgendwie erreichen kann und deswegen ist die frage ob wir den da überhaupt weil dann müssen wir ihn dann vielleicht wieder wegziehen wenn wir nicht tauschen lassen wollen und sonst tauscht er und wir kriegen da so ein bauern ff6 der zwar druck gegen g7 macht aber wenn wir nicht nach h6 kommen der kann auch mit damit war acht decken und dann wird dieser bauern f6 mal schwach ich denke ich wüsste gar nicht wie er was macht er denn er kann danach trotzdem springen h7 spielen aber das sind einfach nur reine verteidigungs züge ich denke wirklich ach so ich wollte gerade sagen jetzt sehe ich natürlich noch einen kleinen vorteil von dame e8 dass dieser a4 angegriffen ist das darf ich davon nicht nehmen denke ich weil dann kommt wirklich also also ich weiß was du meinst ich wollte natürlich jetzt dann kommt tatsächlich der könig g8 dame h3 springer h7 dame h6 springer schlägt f6 bauer schlägt f6 und dann droht matt auf g7 und das kann man nicht verhindern ach so weil die da ja die dame ist natürlich noch ein wichtiger verteidiger genau f1 dame schlägt ja das sieht also das müssen wir jetzt wirklich checken nicht dass man den bauern stellen das wäre echt schade ja und insbesondere das noch ein kleines problem was ich dann sehe ist wenn er dann springer h7 spielt oder so der a4 hängt ja weiter da müssen wir mal gucken ob wir genug druck aufbauen können dass er den nicht nehmen kann irgendwie das natürlich sehr konkret ist also wir wissen was kommt wer f6 könig g8 sagt dame h3 springer h7 da kann man natürlich trotzdem da mehr h6 und dann kann er aber zumal entweder tauscht wird dann auch 6 tauschen und dann hat der dame f8 als verteidigungsflug aber dann haben wir ein bauer mehr im endspiel aber die frage ist ob das ok ob das was bringt ob der aber ob der f6 bauer nicht schwach wird klar ja das ist eine gute frage dass natürlich sonst auch einen dorn da im auge und wenn wir dieses endspiel dann so starten dass er da gleich aktiv werden kann schwierig schwierig da ist natürlich ist natürlich ein punkt über den wir uns gedanken machen können was ich habe noch mal eine andere idee wie gerade dame b7 mal was ganz anderes wir gehen hier einfach mal los auf seine ist natürlich jetzt auch nicht ganz stellung gerecht gefühlt ist auch schöner zug man kann auch überlegen erst läuft f6 dann dame b7 aber klar klar beides gehen das ist auch schön aber du würdest am liebsten jetzt in der stellung in endspiel gehen und gar kein bauern auf f6 haben einfach jetzt hier beide die damen tauschen in der stellung das würdest du gerne ich ja aber tendenziell wir haben ja auch ihr angriffspotenzial ich weiß gar nicht weiß gar nicht ob ich unbedingt die damen tauschen möchte ich möchte ja eigentlich selber auch angreifen kann ich mir durchaus vorstellen also ich würde ja den tormacher 1 sollten wir das mal stehen lassen um diesen bauern zu decken spielen wir läufer f6 spielen wir nicht läufer f6 könig g8 dame h3 springer h7 dame h6 rechnen wir einfach mal die variante springer steigt f6 bauer steigt f6 bau steigt f6 dame nach f8 wir können jetzt tatsächlich ein volles endspiel gehen dame steigt f8 dann denke ich mal der torm schlägt wieder ok torm schärne entschuldigen könig schlägt wieder meine ich könig schlägt f8 und dann vielleicht torm a3 b3 oder so der torm könnte auch mal über a3 b3 kommen aber ist der bauer f6 weg das weiß ich ja das ist da kommt er ja nicht so da kommt er auch nicht so einfach da müsste er ja irgendwann e5 spielen und daran gehen und ja ich meine das ist zumindest eine sehr konkrete variante ich wüsste anders kann das ja gar nicht er könnte auch gleich dame f8 spielen das ja auch egal kommen wir trotzdem kriegen wir trotzdem die damen getauscht ja dann lass uns das dann lassen das hier tun oder aber kann halt am schluss auch ganz einfach sagen sit ich bleibe jetzt einfach hier spiel turm c6 und wie kommen wir dann weiter im endspiel ja dass das finden wir schon also dann geht erstmal der könig ran und wir haben ja dann eine mehrheit mehr da drüben wir haben eine ganz klare mehrheit da drei gegen zwei eigentlich er kann aber er kann könig h7 und g5 spielen könig g6 ja wenn aber das dauert ziemlich lange vielleicht holt also ich denke auch dass irgendwann diesen f6 abholen kann vielleicht aber wenn wir in der zeit drüben sind mit dem könig und dann schon los war mit dem bauern dann mein gott dann hat halt diesen f6 dann lang genug dauert sollten uns da nicht dran fest nicht dran festklammern ich glaube dass also du hast auch schon ziemlich viele endspiele gespielt glaube ich in deiner schachkarriere und ja so ein endspiel mit einem bauern mehr gegen stockfisch aber noch mal noch mal nur eine was später gegen die spielte gegen dame b7 jetzt hatten wir zwei schon gar nichts spricht spricht mit der springer d7 also ich glaube es ist ein schöner zug taktisch ist taktisch ist taktischer und läuft f6 wickelt ab und sie zuhause aber die dame passiert tauschen und die dame ist eigentlich schon so die gefährlichste angriffsfigur gerade von einem taktik monster das sieht du hast mich überzeugt dass ich überzeugt kommen wir machen das jetzt das käme ich denke dass jetzt so ein entscheidender moment wo es durchaus vielleicht stärkeres gibt aber das ist praktisch einfach eine gute entscheidung denke ich da müssen wir jetzt auch er muss die damen tauschen oder es ist so er muss also ich damen her sechs gut dann tauschen wir sie jetzt mal dann gut dann wir schon mal ein bauern mehr und das endspiel gutes jetzt können wir den läufer sogar wegziehen jetzt könnten wir den läufer sogar ich denke das macht also wenn ich mir diesen springer weiter angucke ich auch kein geld eigentlich mein unser läufer ist natürlich aber es ist ich denke also tendenziell ist natürlich eher so halb geschlossen da ist er so ein springer mal besser aber dieser springer wo soll der denn wo soll der denn hin dahin wie kommt er dahin irgendwann fünf sechs zügen bin aber ja nicht so einfach wahrscheinlich doch mal ideen weiß ich nicht wenn er sich nach f2 stellt und irgendwann mal dann geht er gegen diesen b6 weißt du dann droht mal die fünf vielleicht die baustruktur und wir haben halt ein bauermär das ist halt ein safer bauermär wenn wir sie nicht stehen lassen ist es klar okay also wir haben jetzt zwei lines wir können einfach positionell bessere stellung haben und den läufer halten oder wir können sagen kommen wir gehen uns ins turm ins spiel und versuchen so hier anzugreifen also ich würde einfach noch den neue ich finde den neuen fahrung die besser als den springer einfach hier schon entschieden was passiert was passiert wenn wir den nehmen dann kommt g5 ja okay aber das ist doch ich meine er hat dann okay er aktiviert seinen springer auf kosten seiner bauern struktur aber es ist auch irre weil wenn wir das opa so schlagen ich mach es mal rein zack g5 läuft g3 zum beispiel und er nimmt dann zurück im springer haben wir auch noch turm f1 ist ja auch ziemlich unangenehm gegen den könig oder ja es kommt ja unserem läufer zugute hier hatten wir jetzt schon das thema läufer und springer stellung öffnen von der bauernstruktur das muss das richtige sein wir müssen den hier wegnehmen da hat jetzt einen schwachen g6 was macht er denn sonst oder könig f7 okay g5 jetzt ist die frage ob wir auf g3 steht da natürlich deutlich da kann ja auch mal nach d6 und nach e5 da steht der tendenziell richtig oder ich denke das stärkste zuglafen g3 hier gefühlt da ich glaube f2 hätte noch mal den blick gegen b6 und möglicherweise auch läufer e3 um auf diesen g5 mal die sind ja alle schwach jetzt diese bauern aber trotzdem ich denke dass über zwei also ich würde hier läufer g3 wenn ein springer 6 kommt dann ist der torm f1 wirklich schon sehr unangenehm und muss das schon könig ist dann können wir uns überlegen ob man hier vielleicht ein läufer d6 schach spielen kann und das gutes torm ins spiel geht er hat eine menge bauern schwächen weiterhin und dann holen wir vielleicht diesen g5 ab und haben diesen hafreibauern am schluss muss auf turm c4 aufpassen ja das stimmt schon wenn er kann vielleicht auch diesen a4 abholen aber wer also ich denke wir sollten die läufer g3 ist ja auch wieder natürliche zug nach g3 sieht gut aus so also noch mal torm f1 das ist ja alles jetzt wer auch forciert finde ich könig g7 geht nicht wegen neuer e5 die baunen spiel ist ein sehr attraktive bauer mehr würde ich sagen ja doch und könig könig e7 bietet uns die option die wir nicht mal ziehen müssen auf laufer d6 schach wonach schwarz wahrscheinlich nehmen muss und wir dann den f6 nehmen und wir in so einem torm ins spiel kommen wo wir immer noch den bauern mehr haben schwarz hat natürlich ein bisschen aktiven könig aber hat diese schwache bauernstellung und ich hier biele insbesondere auf diesen g bauern torm g6 wenn wir den holen und dann diesen entfernten hafreibauern haben ja j j Vielen Dank.